...hilfeleistungen nicht an realistische politische Ziele koppelt. Mit Tanks und all den Weaponsen aus dem Westen macht es keine Unterschiede. Es setzt Gas in der Feuer. Wenn du eine Krieg mit Weapons unterstützt, bist du auf der falschen Seite. Oh, you may say I'm a dreamer. Frieden, ohne Waffen! Oh, ne, Waffen! Frieden! Frieden, Frieden! Frieden, Frieden, Fried thiessen und Yourself Wir wissen aus vielen Umfragen in Deutschland aus den letzten Monaten, dass die Mehrheit der Bevölkerung wünscht, dass dieser Krieg beendet wird. und dass man sich darum wünscht, dass endlich verhandelt wird und nicht immer mehr Waffen geliefert werden.